Die ersten beiden Tage waren für die Bühnen natürlich ziemlich aufregend. Ich bin ja auch schon beim Aufbau dabei, das heißt man ist schon etwas vorgegrillt, wenn es überhaupt losgeht. Ich bin sehr happy, nachdem ich gestern hier 17 Stunden 35 Minuten anwesend war, dass heute alles ein bisschen runterkommt. Ich freue mich auf ein Abschiedsbier, ich freue mich auf eine tolle Abschiedsparty. Deswegen wird nicht langweilig, aber einfach nur noch schön. Ich bin Martin und organisiere das Stage Management für die Republika. So, um, I wanted to start by saying it's a really great honor to be here. Um, I loved, uh, all, I love the public. Also, ich bin echt stolz auf uns und unserem Programmteam dieses Jahr. Ich bin ganz zufrieden mit dem Job, den wir gemacht haben. Ich hoffe, alle anderen auch. Ich muss einfach sagen, dass es mein großer, erfüllender Moment war, die Yes Men anzumoderieren, weil ich da einfach schon seit 99, glaube ich, darauf warte, wie wir persönlich kennenzulernen und es dann auch noch so liebe und tolle Menschen waren. Und mit unserer Opening Tino dieses Jahr war ich richtig gut, dich sehr zufrieden. Mein Name ist Gerardin De Bastion. Ich bin Teil des Republika-Programmteams. Das Ende. Das ist es vielleicht noch nicht. Aber das ist es vielleicht, vielleicht 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 noch nicht. Vielen Dank. Vielen Dank.